Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ballert Mann. Diesmal hier auf dem Partyboot von Sun Life Events. Thema heute, Flirten auf Malle. Wie machen die Männer hier die Frauen klar? Oder umgekehrt? Ich habe gehört, das Partyboot ist genau der richtige Ort dafür. Also schnack mal nicht lange rum. Attacke! Ballern! Hast du hier schon Quicke Knacke gemacht? Aber theoretisch wäre das ja möglich, ne? Nein, nein. Du hast ja Freit deinen. Wie versuchen die Männer dich hier klarzumachen auf Malle? Sag mal, haben wir ein bisschen was raus hier. In Real Talk. Keine Ahnung, wir sind alle besoffen. Ja, ganz kurz, ganz kurz. Ihr seid aus Deutschland? Nee. Woher seid ihr? Timbuktu. Was passiert eigentlich, wenn ich diesen Reißverschluss aufmache? Guck mal hier, guck mal hier. Wie absolut sinnlos ist der Reißverschluss hier. Warte. Voll die Erzeugung. Also ich habe mir gedacht, da der Puff zu teuer ist, fahre ich aufs Partyboot und hier können die Frauen nicht weglaufen. Hier kannst du auch mehrere klar machen. Von daher würde ich sagen, arriba! Ja, die können halt auf dem Boot nicht weglaufen, ne? Genau, wo ich immer wieder... Also, ja, ich mache das Partyboot hier, Promoter seit 2016 und es ist halt immer so. Am meisten hat es immer geklappt, wenn ich selber mitfahren durfte und die Frauen, die ich geschrieben habe, nicht weglaufen sollen. Es ist halt einfach so. Ähm, ist dein Becken voll mit Scheiße, weil ich würde dich gerne klären. Ja, das erste Mal, ob ich ein Getränk will, dann sage ich ja. Jawohl, du freust das. Getränk geht immer. Ja, ich muss dir Geld sparen. Ja, mit wie viel Geld bist du hingeflogen? Mit 1000. Mit 1000. Wie viel hast du davon noch? 900? Ja. Ähm, meistens so, hey, willst du was trinken? Und dann redest du meistens mit mir. Ja? Und dann nimmst du das Getränk an? Meistens ja, aber gerade das Alkohol ist immer toll. Hast du schon gefickt hier? Ich weiß es nicht. Jetzt wird es interessant. Jetzt wird es interessant. Schatzi. Ich bin gestern Ende die Nacht bei mir, dass ich runter in die ShowArena vom Megapark gegangen bin. Und heute Morgen bin ich... Bei mir aufgewacht. ...löffelchen nackt mit einem Typen aufgewacht. Nein, doch. Okay, Schatz, ich lasse dich mal weiter saufen. Wir trinken gleich anzusammen. Danke. Auf deinen Freund. Auf meinen Freitag. Ich küsse ihn. Ich dachte, ich würde wissen, wer das ist. Und dann habe ich mich umgedreht. Und dann habe ich den noch nie in meinem Leben davor gesehen. Ich habe gefragt, wo ist meine Freundin? Und er so, keine Ahnung, du warst allein unterwegs. Dann war ich so, fuck, wer bist du? Und er so, ja, der, keine Ahnung. Ich habe mich auch schon wieder vergessen. Und dann habe ich gefragt, sind wir bei mir oder bei dir? Weil ich das leider auch nicht mehr wusste. Willst du deinen Freund grüßen? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ich kann heute Nacht treffen. Ich bin im Zweifel auch einfach, wenn du so besoffen bist, dass du dich morgen fragst, warum du mit mir Löffelchen aufgewacht bist. Ich freue mich sonst auch. Ich freue mich auch. Ich freue mich auch. Ich hoffe, was wird. Wie gefällt es dir hier? Auf jeden Fall. Ja, wie gefällt es dir? Auf jeden Fall. Kann potenziell auch was gehen, wenn der Alkohol scheppert? Äh, schwierig. Wieso? Wenn ich ganz besoffen bin, ja. Wenn nicht, dann nicht. Was passiert dann, wenn du ganz besoffen bist? Lässt du dich dann auch wegscheppern oder nicht? Manchmal. Da gibt es dann eine Story über dich. Die Leute kennen dich ja nicht, oder? Das stimmt. Hast du mir immer erzählt, dass du schließt dich darauf eingeblasen? Das war bis vor kurzem richtig. Und dann, was ist dann passiert? Naja, also ich habe eine Frau getroffen, die war Schwertschluckerin und beim Zirkus und da hat sich irgendwie alles geändert. Ich kann es nicht genau erklären, es ist einfach so passiert, aber es war toll. Ich bin glücklich. Seitdem? Ich gehe wieder auf Blasen, ja. Ja, dazu kann man dir nur gratulieren auf jeden Fall. Dankeschön. So, also der Micha sucht Schwertschluckerin hier am Partyboard von Sun Life Events. Ja, klar. Du hast auch einen schönen Monti übrigens. Verpiss dich. Wie viel Alkohol müsst ihr den Leute ausgeben, damit ihr was laufen könntet zwischen uns beiden? Ja, mindestens ein Liter Wodka Ball. Ein Liter Wodka Ball und dann könnte was laufen bei uns. Ja, schon. Wenn ich dir jetzt eine Flasche besorge, ne, dann könnten wir ja vielleicht sogar bumsen heute. Ja, vielleicht. Wie würdet ihr potenziell Frauen klar machen hier? Mit Champagner natürlich. Also abfüllen? Wahrscheinlich. Abfüllen, bis sie geschmeidig sind. Ist das ein richtiger Champagner oder nur Sekt? Nee, das ist ja Kava. Das ist Kava. Aber hast einfach mal Champagner gesagt jetzt. Weil die Frauen das auch glauben. Genau. Dass sie hier kommen, fünf Euro drauf, kommt man mit Wunderkerzen und Patenzerinnen, um Dicken zu machen im Club. Und dann läuft das auch mit den Weibern hier. So ist das, ne? Da spricht ein Mann aus Erfahrung anscheinend. Natürlich, kann mir auch kein Champagner leisten. Aber halt mal ein bisschen auf die Kacke hauen und dann läuft das. Wirkt der Alkohol schon? Ja. Machst du den da an meinem Arsch? Und jetzt nochmal hier, Doppelbizeps. Komm. Das kann jeder von euch da draußen machen. Du kannst dich aber an gestern Abend noch erinnern. Nein. Auch nicht mehr. Weißt du? Guck mal, Männer, wenn ihr die zwei Mädels hier auf Malle trifft, das ist der absolute Jackpot. Die sehen bezaubernd aus. Und die können euch am nächsten Tag auch nichts vorhalten. So, guck mal hier. Er legt schon den Arm rum. Und jetzt auch um mich. Muss ich mir Sorgen machen. Guck mal. Wie machst du denen hier die Frauen klar? Sie zum Beispiel. Ja, einfach ansprechen, oder? Was sagst du dann so? Na ja, zum Beispiel einfach. Hi. 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 Zeig mal, wo es war. Hi, ich bin der Olaf. Wie oft klappt deine Masche mit Hi, ich bin der Olaf? Na ja, prozentual. Ja, prozentual zum Beispiel. Ja, 9,9999999% Hm, weiß ich nicht, Digga. Er hat mich gecatcht, allein schon, weil er Delfine gesehen hat gestern. Am Allmäher. Ich habe auch schon Delfine gesehen. Ich habe auch Hundewelpen zauft. Habt ihr hier schon Frauen klar gemacht? Nee, nee, nee. Im Leben, ja, eine oder so. Eine, du hast eine Frau zu Hause. Ja, ja, so in etwa. Ja, so. Aber du weißt ja, was am Allmäher passiert. Ich weiß nicht, ob sie gerade zu Hause ist, aber ja. Ja, Delfine gehen immer. Ich habe heute Delfine gesehen. Wollen wir bumsen? Ja, perfekt. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du sie heute noch bumsen wirst? Keine Ahnung. 110%. Was denkst du? Mal schauen, ne? So, Schwellers, ihr habt es gesehen. Hier am Partyboot geht es mies ab. Hier könnt ihr euch Frauen oder auch Männer klar machen. Die besten Tipps weiß ich nicht, ob ihr die jetzt heute gehört habt, ne? Aber ihr könnt ja mal kommentieren, was eure Anmachsprüche, eure Taktiken beim Flirten sind. Wenn ihr auch Bock hier aufs Partyboot habt von Sun Life Events, mit dem Code BALLER10, bekommt ihr 10 Euro Vergünstigung auf jedes Ticket hier aufs Partyboot auf Malle von Sun Life Events. In diesem Sinne, bis nächste Woche zu einer neuen Folge Ballertmann. Ah, Sucke! Ballern.